Diesen scheiß Preis, wie schön er ist, ihr seht es ja. Man kann die zehnmal gegen die Wand schmeißen und es fallen nur zwei, drei Ecken ab. Wir haben diesen Preis gewonnen, weil Jan Böhmermann nicht da war. Jan Böhmermann hat uns angeschrieben, letzte Woche eine E-Mail geschrieben. Wir haben gesagt, machen wir eine Initiative, die wir geil finden. Die Initiative, die wir geil finden, ist Jugend rettet. Leute, die aufs Mittelmeer fahren und Menschenleben retten, ja. Diese Leute werden gerade kriminalisiert und sie brauchen Aufmerksamkeit, so doll es geht. Wir versteigern ihn, höchst bietend, supported, Jugend rettet, Seenot, Rettung ist kein Verbrechen. So ist es.